herzlich willkommen zurück zu einem weiteren part von paladins mit mir samt und meine reizenden schwarzen assistenten statt so würde das spiel starten sie bitte das spiel so es geht los ihr seht wir haben einen neuen kameraden am start wir haben hier die gegen den grünen code von viktor toy story mäßig die tippen kanone von pipp gut wir haben einen freund warum nicht wir haben hier die ich brauche noch ich muss noch zwei spiele machen mit flanken und ich muss zwei spiele gewinnen oder gewinne zu spielen in einer gruppe nee wir haben jetzt drei so spiel muss jetzt mit dem tank machen ja genau dafür kriegst du dann halt 800 aber die gehen dann halt nun die gehen aber dann halt klubbe die ganze woche ja man kann sich halt jetzt ausrechnen jeden tag so 100 pust und 400 ich kann da nichts dafür manchmal habe ich die schnauze sie haben es mit anders gemacht ja gut da kann ich in der zwischenzeit mal bei meinen bei meinen chip rein ich nenne den merlin schutz money die sache ist wenn ich zum beispiel jetzt aufladen also wenn ich jetzt zum beispiel mein schild mache kriege ich pro sekunde sechs munition was eigentlich total scheiße ist oder reduziert abklingzeit von von rundschuss die die ich nie nutze worum auch immer ich vergesse das immer was die wahrscheinlich an der tastenbelegung nein das ist f deswegen vergesse ich das kürze reduziert abklingzeit von aufladen aufladen ist glaube das mit dem schutz mein schild die klamotten habe ich mir gekauft ja nein blau wer halt meine demusfarbe grün ist auf schlacht zu kommen oh kommt schon Leute wir haben meine demusfarbe select your champion fort na gut scheiße oh mann ok misskrüppel was denn, w-w-w-w-w-w nehm ich denn da na ich bin da wacke oder im db oder so ich müsste noch zwei mit flanke machen hm bock 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 oh ne was oh ne wieso was bock wie gesagt brauchst du nur auf dem schatten scheinbar selber prepare for battle ich achte hier auf dem ding obwohl der fände so das ist bock äh möchtest du mit freunden spielen füge ein sozialer reiter hin zu zu sehen wenn sie online sind soziale eifelstrichen aber naja was soll's äh aktive gegenstecke nach dem kauf nicht wieder verkauft werden sobald du den brunnen verlassen verlassen hast was ok oh nein ich hätte ah egal scheiße na scheiß drauf ich hätte kinesern nehmen können da gibt es bei der map gibt es eine geile stelle da kannst du kinesern nehmen und ganz hinten hier hinten sind irgendwo sind fässern so du brauchst dich dahinter stellen kannst du alle von hinten alle wegschießen das schluss da ob du sie bis dahin ankommt ja so wir nehmen die mega satz fuck ich hab mich verdrückt das war der mega satz und dann nehmen wir schneller laden und dann gibt es den hier wieso ich muss erstmal meine muskeln spielen lassen klassisch klassisch das ist das spinn jetzt alter das braucht 14 sekunden der kack 4 ey das ist der wahnsinn 5 4 3 2 1 1 let oh shit keine sarnem sollen ah scheiß drauf wir werden sterben wir werden sterben ach gelapp red doch keinen scheiß hin Megasots Nein Tut Hä? Wer ist hier ein geiler Typ? Wer ist ein geiler Typ? Mikasotz Ich hab den fast gelegt Ich hab den fast gelegt Ich hab den fast Alter Ich hab den fast penetriert Wegen der scheiß Bombe Warte kurz Habt ihr's? Habt ihr's im Griff? Ich komme zurück Hab ich Alter wer hat's gerissen? Wer Mein Freund Ich muss mal kurz halten Ich bin fast tot Okay geht los Haha Du Noob Ab Wo ist das Problem? Geht los Boom Alter Hohoho Na du Mistkricke Ich bin tot Ich bin tot Äh Es kam etwas zu spät Aber es kam Ich muss mal kurz Ich muss meine Tournäse machen Das hör ich mir die nette Assistente ja nicht Die mir immer äh hilft Na gut ich hab gesorgt heimisch ne Du kannst mich auch gar nicht heilen in der Situation Ich komme 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 Das war ein Megasatz Böhm du Mistkricke Wer hat's gemacht? Wer hat's gemacht? Du Mistkricke Wer hat das Ding reingelatzt? Guck mal wie viele Punkte hast Na gib mal aus Dein Cash Gibt's nicht mehr Wie jetzt? Den Schaden gibt's nicht mehr Nimm laden Nimm nachladen Nimm laden Guck mal wie schnell du jetzt lädst Ja wenn du das mit geskillt hast Erstmal bei mir ist nachladen Beim Pip bei 4 Und dann zweimal nachladen Jeder Schuss Tut die Abklingzeit reduzieren Megageil Kann schon nun fehlen Na du Mistkricke Hast du? Nicht du Der andere Ich bin fast tot Ich würde dir gerne helfen Haha du Mistkricke Heil mich Yes shoppen Okay ist mir egal Ich hab mich gekriegt Nicht du Ich wollte mich selber heilen Aber die Abklingzeit war War etwas bescheiden So ich komme Warte 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 Ich komme sofort Ich komme sofort Tut mir leid Leute Tut mir leid Aber ich muss gerade warten Kurz Kriegt das alleine Ich bin gleich da So ich bin gleich da So Ich muss jetzt Ich muss jetzt Mein Abklingzeit Das mal Minimieren Aufmerklingzeit Was Du Mistkricke Alter Da braucht er vier Bomben Mich zu töten Richtiges Opferkind Oh 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 Warte 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 Shit shit Geil Jetzt halt ich mehr aus Okay jetzt geht's los So kann man euch irgendwie helfen Ah schiebt den Wagen Zack So wird nachgeladen meine Freunde So wird nachgeladen hier Ich bin oben drauf So es geht los Mehr Der andere Fuck Ich bin über den drüber gesprungen Ich pfeife Ich habe ihn Von weg bin ich Ich würde mich verpissen Ich verpasse Headshots So kann das gehen Schieb mal rein Das Ding hier rein Gewonnen So wird gespielt So wird gespielt So wird gespielt Ja ne ist klar Guck dir das an und staunen Guck dir das an und genieß es Guck dir das an und genieß es Ja so wird gespielt Wird weggenarscht Wird weggenarscht Wird weggenarscht Fertig reicht schon Doppelkill Doppelkill reicht schon Ich habe keinen Flankengill gemacht Was ist denn hier los So stand sie Ihr neues Spiel bitte Oh ich bin 20 mal Ne Dreimal geschoben Puh 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 Okay Runde machen Das reichen in dem Part Ich bin wieder Borg Wie gesagt Ich brauche noch Jedes Spiel Brauche ich War gar nicht so schlecht Ich habe leider über den E-Viktor mal drüber gesprungen Der Sprung ist halt etwas Ja Da geht etwas Ja ich habe das gesehen Ich glaube ich habe das so verstärkt Ich muss mal drauf gucken Borg Mega Warte mal Ich habe Ich weiß Sicher dass ich meine Ich habe bald 20 Und dann tue ich trotzdem immer noch zweimal mir das Ding kaufen Das ist noch schneller nicht Denn bei jedem Treffer den ich mit Pip mache Tut es automatisch die Abklingzeit von den Heilungreduktionen Deswegen mache ich Du musst schon anklicken Ne ich bocke Wir brauchen Heilung Das ist alles Flanke Nein Klar Flanke Flanke Nein Das ist Dd 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 Das Nein Das ist dreimal Schaden Ich bin Flanke Ich bin Flanke Nein 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 Ich bin alle Schaden Ich mache das schon Ich mache das schon Glaub mir Ich kann das Du kannst alle Götter und ihre Skins Werte Fähigkeiten Götter überprüfen Verwenden Sie den Filter Einstellung Und eine gottespezielle Rolle Du kannst das Götter überprüfen Und die Götter zu Die Götter überprüfen Ja Ich muss ja auch mit meinen Muskeln spielen lassen, das ist ja der Wahnsinn, ja. Scheiße, das hätte ich nicht tun sollen. Gut, ich hab's. Erwischt! Fuck! Ich hab's geschafft! Danke! Danke, Kenessa! Scheiße! Die böse Frau steht oben! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Danke für den Kill! Du Idiot! So, wird gespielt, meine Freunde! Hä? Wer macht das? Wer macht das Spiel? Wer macht's? Wer macht's? Wer macht das Spiel? Ihr Pfeifen! Ich hab's geschafft! Oh, ich hab's geschafft! Oh, ich hab's geschafft! Bei dem Wagen Danke Wer macht das? Ich wünsche Kannst du sagen, es wird Ich wünsche dir ein krasser Danke Danke Diese beschissene Kanone Diese Mist-Krypte gestalten So So, jetzt guck mal Wie schnell ich jetzt nachlade Und jetzt Geht los Gute Monster Geht los Hast du es gesehen, wie wir das gemacht haben Ganz einfach So wird gespielt Wenn man keinen Tank hat, muss man halt seine Okay Wenn man halt keinen Tank hat, muss man halt seine Fähigkeiten als Etwas grobian Grobischen Flanken Komponenten Flankenspieler Etwas besser ausnutzen Na und Fuck Gegen ein Diese Mist-Krygge Diese Mist-Krygge Ich komm, ich komm, ich komm Ich komm Vergessen Vergessen Dein Dings zu drücken Okay Oh, du Mist-Krygge Kenessa Hallo Ich hab gehört Äh, was? Der kommt von der Seite Nein Oh, du hast ihn gekriegt Ein Bein trockt So Willst du mir das noch machen? Cool Ich hab's, obwohl ich hab gar nichts verloren Nice Ist hier Was? Ich hasse diese beschissenen Kanonen von Gimli Ja, die Cassie auch Richtig geil Die Ich stand neben Dann hab die Einfach weggenatzt Ich schnuck die Nimm das nicht so ganz so ernst Aber Naja, was soll's Wird's halt eine schnelle Runde Ich bin ja schon bei 22 Minuten Ob ich dort hochkomme Hey, Pip Oh, du Krüppel Kommst du zu mir? Nee, nicht du Nicht du Victor Danke Bin ich du? Ich verdräng Hau doch nicht ab, Victor Hau doch nicht ab, Victor Doppelkill Jetzt geht's los her Meine Freunde Oh yeah Ja 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 Ja, komm her Komm her, bitch Schieß doch Haha, du Lutscher So wird gespielt Und wer Und wer wird Highlight gespielt sein? Guck, die sind Guck hin Guck hin Guck hin Wirst du warum? Tot Und, und, und Guck, guck, guck Guck hin Guck hin Bam Bam Los geht's Los geht's Los geht's Oh, zusammen Und schlagbar Sehr wahr Und jetzt hier Ja Guck hin Guck hin Guck hin Guck hin Guck hin Habt ihr's gesehen, Leute? Habt ihr's gesehen? So muss man Backspielen So muss man Backspielen So muss man Backspielen Oh, das dauert noch eine Weile bis Pip mal wieder in der Bluff hat Hier Ins, ins 4 Ins 4 Ins 4, meine Freunde So, okay, jetzt drei Stück Tor der 4 Na gut, viermal gestorben passiert Es gibt immer Verletzte So, meine Freunde Jetzt zeig ich mal Was Pip macht Emotionen Ungewöhnlich Schön, dass du die Klamotten hast, ne? Und das nur wegen mir, ne? Weil ich das nämlich auch ab und zu mal viel Sau Guck mal, guck mal Warte Warte Ah, nee, warte noch die Stimme Warte, 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 warte Warte, warte Warte, warte Warte Da, 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 da Da, da, da Da, 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 da Yeah Ich würd's einfach mal zeigen Ich würd's einfach mal zeigen, dass ich das hab Schön Na gut Ist immer noch mein Main Pst Muss ja keiner wissen Es war eine, 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 es war eine sehr schöne Erfahrung Achso Ok Deswegen Äh, es war eine sehr schöne Runde In zwei Tagen wurde's gesettet Äh, hat's dir gefallen? Ja Werden wir jetzt noch ein paar weitere Pots aufnehmen Ja Sehr schön Mehr will ich doch gar nicht hören Nächste Runde, keine Ahnung, töten halt Oder? Ja Braves Mädchen Wir wünschen euch noch einen schönen Tag Haut rein, Leute Macht es mir sinnvolles Das war Paladins mit Sagen käme ich ganz in meine Wenigkeit Und Meine erstes Pip-Assistentin Meine reizenden pelzigen Pip-Assistentin Hier, Ruka Yeah Du machst das schon Ich hab noch Farbe fast ja jetzt wieder Was? Ich hab noch Farbe fast ja jetzt wieder Auf jeden Fall Im Sinn, haut rein und macht irgendwas Sinnvolles Yay Yay Ja Ich hab noch nie Vielen Dank.